Hi Leute, heute ist ein großer Tag. Ich habe fast willkommen für einen schwarzen Umschlag von Holy Energy. Heute sind die Proben da von der neuen Sorte. Die Jungs und die Mädels sind ja auch dabei. Haben eine neue Sorte am Start. Storby Shark, Erdbeer, Mandarine ist das Ganze. Und ich bin mega gespannt drauf. Ich habe mir schon mal einen Shaker vorbereitet. Schön Wasser, schön Eiswürfel und jetzt werde ich die neue Sorte mal testen. Ja, ich habe richtig Bock. Der Geruch sieht mir sehr gut. Neuva Liter. Optioniert ist es von Holy. Direkt wird ein Löffelchen sein. Ich bin ein bisschen skeptisch mit der Mandarine, aber ich bin gespannt, wie doll die raus schmeckt, wie doll das Erdbeer ist. Es ist mega pink. Der Becher ist ein bisschen schwarz, deswegen sticht ich es nicht ganz so durch. Durch den Klarsicht ist es bestimmt richtig geil. Jetzt geht es ab. Erster Schluck. Der schmeckt super. Der schmeckt total gut. Es ist nicht zu süß. Bei Holy Energy wird ja auf Zucker komplett verzichtet. Es ist also ein bisschen Süßstoff dabei. Es schmeckt schön nach Erdbeere, schön frisch und fruchtig. Aber auch die Mandarine kommt klar raus. Aber es schmeckt gut. Es schmeckt nicht künstlich. Es schmeckt wie eine frische weihnachtliche Mandarine, hätte ich fast gesagt. Es ist eine perfekte Sommersorte durch die Erdbeere. Und ja, es ist halt auch nichts nur für die lange Game-Nacht, sondern auch schön in der Sonne am Pool. Kann man Holy Spot, Holy Energy nur empfehlen. Richtig geil. Ab Sonntag kann es bestellt werden. Die neue Sorte nämlich ist offiziell ab Mittwoch im Shop. Man kann sie über WhatsApp quasi in so einen Early Access hinein suchen lassen. Das geht recht komfortabel. Muss man bei Instagram vorbei gucken bei dem. Und ja, im Videolink wird unten noch ein Rabattpunkt für euch sein. Habt ihr 10 Euro, spart auf die erste Bestellung, müsst ihr unbedingt noch reingucken. Ja, viel Spaß. Probiert es aus. Echt mega zu empfehlen. Super frisch für den Sommer. Perfekt.